long gehen bei 15.692 würden wir short gehen sagt dann auch jetzt hier ein wunderschönen guten morgen für unsere youtube für unser video tagebuch das ist der erste trade im box trading was wir heute platzieren für die kursteilnehmer hier in hamburg wir werden gleich also ab 10 uhr circa in den seminarmodus einsteigen da werde ich genau erklären was ist eine big number wie treten wir die big number und wie funktioniert das box trading so wir haben anfangsrisiko von 0,01 abweichendes ziel stellen wir jetzt auch ein auf 0,005 für den ersten trade falls der mark da raus möchte schauen wir uns den gestrigen tag an wie immer und blicken einmal auf die blue boxen es gab gestern auf dem minuten chart auf dem minuten chart gestern in der nachmittags session hier eine 18 box thema blue box werden wir heute auch besprechen christoph wird heute nachmittag ab 14 uhr nach der mittagspause wird christoph heute mit euch den nachmittag verbringen mit vola box statistischer vorteil und die power tools mit euch erklären so das heißt wir gehen jetzt einmal in die großen zeitebenen rein was wir morgens immer machen gucken uns einmal die großwetterlage an und fangen heute an mit ethereum also ethereum bei 3287 auf daily sind wir long vier stunde sind für short stunde short 30 long 15 wieder long und fünf short also hier unentschieden wir gehen einmal weiter tiefer runter und nehmen bitcoin bitcoin bei 45.000 also daily long vier stunde short stunde short 30 long 15 long und 5 sehen wir das sieht nach einer seitwärtsbewegung auf fünf minuten hier einmal gucken ob der markt da eine stärkere bewegung jetzt tätig wir gehen weiter hoch und nehmen als nächsten markt den s&p 500 beziehungsweise ich habe den dauer jones hier noch memorandum jones 4 jones hier noch vor mir so dow jones daily basis short vier stunde short stunde long 30 long 15 long und fünf short auch unentschieden nehmen wir den smp 500 daily long sieht sehr schön aus vier stunde short klar stunde short 30 long 15 long und 5 short technologie börse nasdaq daily long vier stunde short stunde short 30 short 15 long und 5 auch short und dann haben wir einmal öl daily long vier stunde long stunde long 30 long 15 long und 5 auch long gold daily seitwärts also er schaut vier stunde short stunde short 30 long 15 short und 5 long so der letzte markt den wir haben im schnelldurchlauf ist der dax daily long vier stunden short stunde long 30 long 15 short fünf minuten auch jetzt aktuell short dass die wetterlage ich schauen wir jetzt auf unserem box trade 15.707 wir haben von heute bis jetzt eine trading range von 29 punkten das ist eigentlich eine gute range ja also normale range und jetzt gehen wir gleich gemeinsam auf die jagd wünsche allen die jetzt dazu gekommen sind einen wunderschönen guten morgen ich werde jetzt kurz mal aus dem bild verschwinden vor dem einstieg 15.692 und wir sind short im ersten trade short im ersten trade angepasstes ziel ist auch eingestellt alles passt und die blaue linie ab den zweiten trade gehen wir wie nach wie vor als spielregel auf angepasst und das ist jetzt der erste trade short den wir jetzt im markt sind so ein wunderschönen guten morgen genau die auflösung heute natascha ist die auflösung wird heute mit nervola box stattfinden ich habe das schon eingestellt 30 euro ja wir hatten gestern 60 euro den trade geschlossen so das bedeutet rechts haben wir aktuell den eröffnung straight mit einer big number und links würden wir gleich in acht minuten versuchen dann hier den trade zu platzieren in der vola box und dann machen wir den hedge auflösungs trade anders jetzt aber wie früher dass wir nicht den trade jetzt drin erhalten sondern wir nehmen den trade raus haben den verlust hingenommen gestern im sechsten eigentlich ja im fünften und versuchen heute in zwei tranchen diesen diesen verlust wieder weg zu machen wir haben hier einmal 30 euro insgesamt wurden gestern 60 euro verloren das heißt heute 30 und morgen 30 euro das ist ja das neue tool wo wir fest eingeben können was wie viel euros wir verdienen wollen das nur für die natascha und aber bleibt ja gleich ob ich jetzt nun den hedge habe oder ob ich den trade schließe ja ja also 8 uhr 53 guten morgen brigitte michael thomas miguel guten morgen alexander wolfgang alphons martin alfred die aktuelle hedge blue box können wir nicht nehmen weil das ist eine alte von gestern ich würde nach wie vor auf die das mtx signal wenn das mtx signal noch nicht in den gewinn gelaufen ist kann man dieses signal noch traden das war jetzt auch eine frage hier ja und ihr seht heute noch bis donnerstag im büro von uns hier unser vier tages workshop ab 10 uhr schalten wir dann hier in den in den modus präsentationsmodus um dann hier ist auch wieder da also daniel eimke heinz ist da danke stefan da hätte ich ausrechnen guten schlaf habe ich auch markus gesagt dass er vorher ein bisschen schlafen soll hoffe er hat den rat angenommen genau ein ungewohntes bild weil wir sind hier in hamburg auch unseren seminar auch die kursteilnehmer ich kann es noch mal sagen weil wir sind ja jetzt fast 400 leute im raum da sitzen sie und warten auf die eröffnung auf den hedge auf lösung straight so noch eine minute ok so fokus liegt jetzt auf die vola box damit wir den trade von gestern den wir gestoppt haben wieder reinholen und 39 sekunden noch also 19 sekunden wir sehen es hier unten der countdown timer 16 sekunden und um 9 uhr wird es einen schub geben da bin ich fest von überzeugt markt und vielleicht gesehen es jetzt schon markt berührt schon unsere blaue linie zwei sekunden und es geht los und wir sind raus aus dem eröffnung straight und somit verabschiede ich mich bei den youtube lern für unser video tagebuch es sind nur noch wenige trades bis zum tausendsten handelstag und wünsche den allen damen und herren gute trades und ich plätze ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin